ich würde nicht in die richtung gehen vielleicht ein tausender da sind da könnte sein tausender könnte sein das fehlt es kann ja auch wieder sein dass da plötzlich so ein nebenquests dazu kommt also dementsprechend man kann nie wissen deshalb habe ich gesagt habe besser lieber alle nebenquests gemacht zu haben als wieder nur die hälfte für das kind ja das ist dann wieder zu weit weg das ist dann schon wieder zu weit weg das ist sagen könnte doch gepasst das wäre dann vielleicht der tausender oder was auch immer oder vielleicht ist das versteck spiel sogar noch weiter vielleicht geht's vielleicht jetzt sogar da noch weiter das könnte auch möglich sein nur sagt okay passt die haben sich gedacht hat ja die machen eine verlängerung oder was auch immer okay kennt ihr eigentlich geht ihr mit Oh, schön, 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 sehr schön, ah, wenn ich nicht aufmuchen, oder vielleicht später. Ich will noch mal spielen. Dann haben wir ja schon mitgekriegt, dass du unbedingt noch mal spielen wirst, dann haben wir ja mitgekriegt. Let's go. Oder, dass die Mission uns rüberbringt ins andere Gebiet und das dann finden. Also da, um das mal dann die 1000 kriegen. Das könnte gut möglich sein. Wenn's jetzt in die Richtung geht, könnte das schon sehr gut... Denkst du, dem Kleinen geht es wirklich nur ums Verständnis? Ich glaube nicht. Doch, 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 doch. Das würde mich interessieren, ob das noch in dem Fleckerl ist. Ah, genau, Grenze, Grenze, so, Grenze, so. Uh, uh, uh. Mal so, mal so, komm drauf an. Ach, geschmeid, das wäre jetzt lustig gewesen. Na, warte, na, warte, na. Das ist aber ein gescheites Gebiet, das muss man schon sagen. Das muss man schon sagen. Das ist ein gescheites Gebiet. Sieben Stockwerker, Minimarkt. Das könnte es sein. Ah, oh, so machen wir das. Da drin, okay, ja, so. Der ist aber ganz lustig diesmal. Ganz ein lustiger. Wie viele Stockwerke gibt's? Bitte sag nicht. Acht Stockwerke? Aber draußen waren es nur sieben. Sieh dir die Knöpfe. Seltsam. Ja, da, let's go. Dann nehmen wir den achten. Ich hoffe nicht, dass das Rostock hat Blut. Boah. Es wäre ein bisschen für Arsch. Nur ein ganz, 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 ganz kleines bisschen. Der hat randaliert, der Hauerer. Okay. Okay, der will gar nicht mehr aufhören. Alles klar. Boah, das wäre geil, wenn wir jetzt aussteigen würden in der anderen Welt. Aha. Das muss sein Spezialverschluss. Aha. Das wäre zu erreichen, war schon mal richtig. Vermutlich konnte er uns nur so von diesem Ort erzählen. Suchen wir jetzt die Ursache für die verschwundenen Kinder. Aha. Oh, sehr gut. Gefällt mir, gefällt mir. Da ist eh schon mal ein Hauerer. Da ist eh schon mal ein Hauerer. Was ist das? Was? Wie bin ich? Mami? Papi? Ich habe nur Verstecken gespielt. Wäre geil. Wenn man das so als ultimativen Bereich jetzt macht. Für einen neuen Gegner. Ich will... Ich verschreie es eh fix mal wieder. Ich will unbedingt den neuen Gegner wieder treffen. Gut, gut. Unbedingt, unbedingt. Du hast dich gefunden. Ich wusste, du schaffst es. Willst du nicht nach Hause? Ich bin echt gut. Ich liebe es hier. Ich kann für immer Verstecken spielen. Kleiner, hast du etwa diesen Ort erschaffen? Ja klar. Echt super, oder? Und jetzt spielen wir wirklich. Komm, wir gucken. Oh, ernsthaft. Jetzt spielen wir wirklich oder? Da haben wir den Grund für die verschwundenen Kinder. Das und sogar noch mehr. Dann sollten wir ihn besser wieder finden. Mh, mh. Lustig. Scheiß Bereich ist riesig. Fick dich. Fick dich. Fick dich einfach. Okay, passt. Wenigstens haben wir einen kleinen Bereich mit Grenzen. Immerhin. Immerhin. Vielleicht hat der andere Buhle gesehen gehabt, wo er hinwollt. Okay, dann möge ich sie. Beziehungsweise, das Scheißgebiet ist groß. Sehr, sehr groß. Der Havra könnte jetzt überall sein. Ah, warte, 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 was haben wir denn da Schönes? Na, hallo? Das haben wir eh schon g'scheckt, ob das er da ist. Ich muss mal schauen, wie der Havra kommt. So ist's. Ja, passt, passt, passt. Ganz klein, genau. Ah, sehr schön. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, dass der Name ist hier Versteckung wert. Für uns ist das nicht nur ein Spiel. Hätte ich jetzt aber gesagt gehabt, dann gehen wir mal in die Richtung. Dann gehen wir mal safe in die Richtung. Jetzt bin ich aber gespannt. Es wird noch die eine Seite jetzt danach noch geben, die was ausschauen würde. Jetzt einmal. Mit vielen Augen zwinkern, dass es vielleicht was sein könnte. Okay, da sind wir sowieso jetzt schon wieder beim Lift. Super. Aber wenn dahintere der Lift war, was war denn das für ein Weg? Oder gibt's einen doppelten Lift? Oder einen doppelten Weg irgendwie rein? Oder separat ist Versteck, wo er sich versteckt? Aha, okay. Ja, dann gibt's halt auch von mir. Oder es könnte sein, dass da vielleicht dann das ultimative Warten vorhin in die Richtung, was da stattfinden könnte. Ja, dann würde ich sagen, da drüben. Dann würde ich definitiv sagen, einmal geradeaus, bitte. Einmal geradeaus. Beziehungsweise sich auch ein bisschen orientieren nach den ganzen Kids und das Ganze. Wenn wir in der Nähe von Erna sind, kann das wieder ein gutes Zeichen sein. Das ist doch nicht zufällig am Strand oder irgendetwas in der Richtung. Hm? Nicht zufällig? Warte, 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 warte. Da haben wir was. Da haben wir was. Das ist auch kein gutes Versteck. Sag mal, tschu wieder. Alter, ernsthaft? Fick dich. Schon wieder. Ich glaube jetzt bei der Höhle. Ich finde, ich bin einfach nicht. Ich würde, ich würde jetzt behaupten bei der Höhle. Ich würde jetzt safe behaupten, Höhle. Das ist einfach zu verdächtig. Das ist auch nicht da. Verbrecher suchen für gewöhnlich immer die gleichen Verstecker. Vielleicht sollten wir danach sehen, wo wir ihn schon gefunden haben. Wahnsinn. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. So ein kleiner Piss aber auch. Geht nicht auf. Das Dach war doch eingestürzt. Vielleicht kommen wir von oben rein. So ein kleiner Piss, Alter. Gut, gut. So ein kleiner Piss aber auch. Muss ich mal schauen, dass ich wieder gleiten kann. Ah, ah, ah. Und bin dreht. Oh, na, doch nicht. Oh, ja, jetzt passt's. Du scheiß kleiner Wichser. Und jetzt bleib, Alter. Jetzt bleib. Hör zu, Joske. Kein Versteckspiel mehr. Du musst jetzt alle heimgehen lassen, verstehst du? Ansonsten können wir nie wieder Versteckenspielen. Patz. Warum wollen alle unbedingt nach Hause? Weil irgendwann macht Versteckspielen keinen Spaß? Du willst also nicht nach Hause? Nein, weil wenn Mama und Papa nicht sehen, werden sie nicht bestrafen. Alles wird gut. Wir schicken dich woanders hin. Wir schicken dich erst rechts und deine Eltern. Patz, Bär. Sie sind gespielen. Bis bald. Ich hätte den Banner erst recht weggeschickt. Alles klar. Jetzt bin ich aber gespannt, wo ich lande. Ah, sehr gut. Die armen Kids, Alter. Ich will nie wieder Versteckenspielen. Das wäre es, Alter. Das funktioniert plötzlich. Das wäre es, aber. Richtig. Und? Glaubst du, es geht ihm jetzt gut? Hoffentlich. Ich wünschte, er hätte ein besseres Leben gehabt. Passiert leider viel zu oft. Tolle Kinder. Miese Eltern. Mhm. 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 Zeig her. Dann wird's wahrscheinlich das gewesen sein. Oder ich muss einmal liefern gehen. Oder? Also. Aber wir haben da. Ich glaube, wir haben da jetzt ein bisserl mehr dazu gekriegt. Durch die eine Nebenquests, gell. Ein bisserl haben wir mehr dazu gekriegt. würde ich jetzt sagen würde ich jetzt behaupten, aber könnte ja, könnte sein könnte definitiv sein ich glaube trotzdem noch, dass da die ein oder andere Nebenquest noch dazu kommen wird wo es so gepasst ist, wird mich noch dort und dort und dort hinschicken das glaube ich ja die ein oder andere Nebenquest könnte das schon zum Ende führen von dem jeweiligen Bereich dementsprechend würde ich sagen Schnee Reise aber Leute damit würde ich mal wieder sagen haut rein, bis zum nächsten Mal tschau tschau